Die Johann-Pölz-Halle am Stetten als publikumsattraktiver, lebendiger Veranstaltungsort leistet einen wichtigen kulturpolitischen Beitrag für die Stadt am Stetten. Mit über 70 verschiedenen Kulturbeiträgen, wie interkulturelle Gastspiele, Theaterproduktionen, Konzerte, Kabarets und Theater für Kinder, setzt die Bühne der Johann-Pölz-Halle neue Akzente. Es ist höchst an der Zeit, den Südtiroler Ausdruck, Rorschbähle genau unter die Lupe zu nehmen. Einer, der im Louis-Wortschatz tief verwurzelt ist. Am Donnerstag, den 22. März ab 19.30 Uhr. Langweilig wird es nie, und zwar bei Conny, das Schulmusical. Am Freitag, den 23. März ab 16 Uhr. Die Amstettner Veranstaltungsbetriebe wünschen gute Unterhaltung.